Seien Sie am Samstag mit uns dabei für eine bessere Politik in unserem Land. Liebe Zuseher des Deutschlandkurier, am kommenden Samstag, am 8. Oktober, ist es soweit. Wir gehen im Rahmen einer Großdemonstration in Berlin zusammen mit den Bürgern auf die Straße, um ein Zeichen zu setzen gegen eine explodierende Inflation, die mittlerweile die Größenordnung von 10 Prozent erreicht hat, gegen explodierende Energie- und Lebensmittelpreise, gegen eine Verarmung großer Teile der Bevölkerung. Und wir gehen auf die Straße gegen eine hilflose Bundesregierung, die keine Antworten auf diese Krise hat, die stattdessen mit einer Sanktionspolitik Russland treffen will, aber die eigene Bevölkerung weiter in Not bringt. Eine Bundesregierung, die bestenfalls ihre eigenen Interessen, aber nicht die Interessen dieses Landes und unserer Bevölkerung vertritt. Seien Sie am Samstag dabei. Wann, wenn nicht jetzt, lohnt es sich, auf die Straße zu gehen und ein Zeichen zu setzen? Setzen Sie sich nicht später einmal dem Vorwurf Ihrer Nachkommen, Ihrer Kinder aus. Sie hätten nichts gegen diesen Irrsinn unternommen. Wir freuen uns auf Sie. Seien Sie am Samstag mit uns dabei für eine bessere Politik in unserem Land. Das ist das, was Sie am Samstag mit uns dabei gemacht haben. Untertitelung des ZDF, 2020